Das ist ja gerade nochmal gut gegangen, was? Jetzt fragst du sie, finden sie einen Aufzug zu Sixen Communications, okay? Vorhin auch das Achievement kommt, The Perfect Organism, der perfekte Organismus. Gehen sie zu Sixen Communications, Axel hat gesagt, Sixen Communications befindet sich im Systech-Turm. Finden sie einen Weg dorthin. Trennen Sie zum CIMED, Silverspool Raumfahrt, Solomons, Maschinenplattform. Also hier schon mal nicht. 7i Exoplanet Solutions. Das letzte Mal-Transit-System ist für... Engineering. Solomons Habitation, okay. CIMED Service von da sind wir drum. Neuverklappung. Neuverklappung. Starten Sie Ablängungsmanöver und experimentieren Sie mit dem CIMED-System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Okay, Lautsprechersystem. Ähm... Instabiles System. Ja, ich lass das auch mal aus, das instabile System. Lassen wir mal. Kommen wir nach Colonial Marshals. Okay. Ah, da können wir speichern. Yo! Karte aktualisiert, okay. Okay, da scheint erst mal Sackgasse und so zu sein. Dann gehen wir mal da hin. Oder auch. Okay. Finden Sie einen Aufzug zu Seaxen Communication? Ach, Sie... Ah, ah, ah. Seaxen Communication, ist alles klar. Aber wir gucken uns erst mal hier um. Verstecken. Da gucken wir gleich. War hier was? Ne. Siehsam, öffne dich. Die Data dazu sagen, Kling. Nehmen Sie einen Aufzug zu Seaxen Communication. Okay, das heißt, da müssen wir erst mal hin. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Da guck ich lieber erst mal nochmal auf der anderen Seite. Bevor wir da gleich weitergehen. Okay. Na, wir brauchen wir einen Sicherheitscode, den wir nicht haben. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir das noch finden werden. Na gut, dann gehen wir uns mal dahin, wo der Ton war. Wo die Menschen da geredet haben. Laurence ist sicher. Shit. Nein! Okay, is it Vic? Den Aufzug da vorne sollen wir nehmen. Okay. Okay. Ich komme zum nächsten Mal. Okay. Hi. Darnzelle finden, um SCG zu reparieren. Okay. Darnzelle finden, also da, also links hoch, also gehen wir erst rechts. Gehen wir links da? Okay. Müssen wir mich dann gleich umbringen. Bin I didn't here. Hm, Schrott ist voll. Okay. Komponente B. Dafür brauchen wir einen Plasmaschneider. Geht's hier schon mal nicht weiter. Achievement process. She's in the vents. Ich habe schon 10 von 20 mal in Luftschächte gekrabbelt. Okay. Mhm. Haben wir keine Waffe, verdammt? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Es sieht aus, dass wir hier stehen, um zu sterben. Fuck, 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 fuck. Oh, fuck, fuck. Oh shit. Nein, weg, weg, weg. Weg von dem Ding weg von dem Ding weg von dem Ding weg von dem Ding weg von dem Ding. Okay, warte, 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 warte. Okay, Luftsäubung, jetzt haben wir den Vorteil. Okay, wir gehen doch da lang. Nein, du hast nichts gemerkt. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Glaubt das nicht. Oh, hier war man falsch. Ups. Ne, hier war man richtig. Gehen wir mal hier rein. Also wegrennen, wenn die schießen, ist schon mal nicht drin. Okay, bevor wir das Ding nehmen, schauen wir uns jetzt mal um. Weil jetzt sind die noch nicht da. Hier nehmen wir uns alles. Zack. Spielen das auch nochmal ab. Genau, um nicht die Katze vergessen. Ich habe den Mann aus der Halle gesehen. Ich kann nicht erinnern, seine Namen, der in der Dirty Baseball-Kappel-Wirrd-Smell. Er hat etwas in seiner Karte. Ich glaube, es war eine Schraube. Er hat mich direkt durch. Nicht sprechen mit jemandem. Nicht erzählen, wie du gehen kannst. Ich will dich so schnell wie ich kann. Ich kann nicht mehr, wie ich weiß. wieder mal die Luftreinigung an. Okay, wir müssen wirklich nur da hin. Alles klar, mehr war hier nicht. Aber wir bereiten diesmal vor. So, ich gehe nochmal in den Schacht, weil da war ja was, was wir einsammeln konnten. Sehr schön, sehr schön. So, dann schnappen wir uns jetzt. Okay, wir finder Keller. Hier müssen wir hin. Also hier entlang. See anything yet? Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Kurz warten. Keep it together, huh? We can get through this. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Hi. Jetzt entspannen die da natürlich vor dem Eingang. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, dass ich noch mal gucken gegangen bin, wa? So, jetzt haben wir den Durchgang auch offen. Ich hoffe, jetzt kann ich noch mal speichern. Nein, dann gehe ich erst mal nochmal das andere einsammeln. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und dann, wenn wir nochmal sterben sollten, machen wir wieder nur durchsprinten. Ich hoffe, das hätte ich nicht tun. Ja, dankeschön. Ja. So, los geht's. Das war's für heute. Und dann geht's. Oh, das war's für heute. Kö 조심. Scheiße! Leute, hier! Niemand ist hier! Damit das aufgelistet ist. Damit das als gehört gilt. Hier! Boop, 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 boop! Wir machen überall die Luftreinigung an, damit wir getarnt sind. Boop, 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 boop! So, und da, wenn die drei die Treppe da hochgehen, dann ist eigentlich... Warte, dann ist wahrscheinlich, weil die gefallen ist. Dann ist die einzige Chance... Das ist dann halt die Chance, da durchzugehen. So, aber können wir eigentlich noch ein Medikip machen? Cool. Okay, nein. Okay, wir finden sie, wir töten sie. Sie versucht, zu hacken die Luftreinigung für die Sicherheit. Die Sprechungen sind verraten. Easy fix. Wir brauchen nur eine neue Datasette. Okay. Wir finden sie, wir töten sie. This way. She was downstairs. See anything yet? In a past life, my shift was starting right now. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch schwer sein. Kann mir doch keiner erzählen. Oh, wir haben ja alles. Teglico ist das Murmeltier. Das kann doch nicht machen. Ich bin doch hingekriegt. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bleibst! Du bleibst! Shit! Leute! Hier! Wer ist hier! Wer ist hier! Mhm. Immer was Neues drinne. Rui, hör mich sehr vorsichtig. Ich will, dass du jetzt nach Arbeit verlassen. Jetzt. Collect Claire, pick up the cat and head home. We need to find some place safe until seeks him send a ship. I saw the guy from down the hall. Yeah, I can't remember his name. The one with the dirty baseball cap, weird smell. He had something in his coat. I think it was a gun. He just looked right through me. Don't talk to anyone. Don't tell me where you're going. I'll meet you soon as I can. Komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Inventar voll. Medikit. Können wir gar nicht herstellen. Toll. Aber wir haben zwei. Aber wir haben zwei. We just need to find a new dataset. We just need to find a new dataset. Okay. We find her. Kill her. Okay. This way. She was downstairs. Team Rauschski. Team Rauschski. Team Rausch Sappy. Tollosh. Toll.